Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Zauberberg. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Zauberberg, ein Spiel aus dem Hause Amigo von Jens-Peter Schliemann und Bernhard Weber. Liebe Grüße, es ist ein Kinderspiel ab fünf Jahre und für eins bis vier Personen. Es ist ein besonderes Spiel, weil man sieht es ja hier schon mal an der Bahn, an der Schräge. Sieht schon mal richtig cool aus. Ein Spiel, wo man mal nichts pöppeln muss, wo auch die Figuren, die Hexen, die einzelnen Zauberer schön gestaltet sind. Sehr robustes, sehr dickes Material. Das Einzige sind die Schienen, die man hier auf der Seite anbringt. Und das ist auch mit der Nummer angegeben. Da macht man auch nichts falsch. Wobei, so ein Spiel in der Schräge, das gab es ja schon über vielen, vielen Jahren. Und das ganz kurz als Hinweis, das ist das große Kullern ab sechs Jahre. Und wenn man sich die Rückseite hier anschaut, dann war das ja auch so ein Bereich, wo man hier Kugeln oben reinwirft und die kullern dann nach unten. Das ist schon viele, viele Jahre her. Das ist nicht kooperativ. Und Zauberberg ist ein kooperatives Spiel. Und es ist ab fünf Jahre, spricht also die etwas jüngeren an. Und das andere Spiel, das war dann doch ein bisschen glücksbetont, wo die Kugeln denn nicht rausfliegen. Weil hier sind alle Kugeln, die man jetzt hier hat, in diesem Säckchen. Das heißt, diese einzelnen Kugeln, die hinterlegt man jetzt in diesem Säckchen. Und die Hexen, die werden auf die einzelnen Positionen platziert und ihr spielt es gemeinsam. Ihr müsst versuchen, zu Balduin zu kommen. Das heißt, vier eurer Zauberer hier unten hin zu platzieren. Naja, sobald hier drei Hexen sind, habt ihr verloren. Das heißt, ihr gewinnt gemeinsam oder ihr verliert gemeinsam. Das Spielprinzip ist ja kooperativ. Erst einmal zieht eine Person aus dem Säckchen. So, ich nenne es jetzt einfach mal Kugel. Das heißt, ich habe jetzt hier eine blaue Kugel. Und Ziel ist es ja, dass die Zauberer hier unten sind. Und jetzt fragt man gemeinsam. Wir spielen das gemeinsam. Wo soll ich denn die Kugel jetzt hin platzieren? Und ich würde einfach sagen, ich lege die Kugel hier dahinter. Ja, die hat einen Zauberer berührt. Das heißt, die muss auf jeden Fall nach unten. Das heißt, dieser Zauberer, diese Figur muss jetzt auf das nächste blaue Feld, weil es eine blaue Kugel ist. Und das möglichst schnell. Weil wenn die das nochmal berührt, dann darf ich weitersetzen. Das heißt, ich nehme jetzt diese Figur, setze sie jetzt ganz schnell unten. Oh nein! Ich habe gedacht, die rollt hier rüber. Ärgerlich. Sie ist zu einer Hexe gerollt. Und so möchte ich euch die Abläufe erklären, weil ich denke, dann wird es auf jeden Fall klar. Die Hexe muss sich jetzt bewegen. Und zwar auf das nächste freie Feld des Weges. Oh nein! Die Hexe geht nach unten. Ja, aber so ist es. Und jetzt lassen wir uns ein bisschen Zeit. Das ist ja die Hexe. Und die wird jetzt hier unten platziert. Jetzt nehmt ihr aber jetzt nicht die Kugel und legt sie wieder rein in das Säckchen. Nein! Ihr nehmt jetzt eine neue Kugel. Zieht wieder aus dem Säckchen. Erst wenn alle Kugeln sind, werft ihr wieder rein. Und ich habe jetzt eine rote. Und die rote Kugel. Nächster Spieler. Spielerin ist dran. Wie soll man machen? Der kann sich absprechen. Die lege ich jetzt mal hier hin. Und jetzt nehme ich den Zauberer. Geh schnell nach unten. Nein! Wieder die Hexe. Das ist typisch Jörg. So. Das heißt, ich nehme die Hexe. Muss sie auf das nächste freie Feld legen. Oh nein! Schon wieder die Hexe berührt. So. Und legt das so weiter. Und jetzt wird sie hier platziert. Wenn es natürlich einen eigenen Zauberer bewegt wird, etc. Dann müsst ihr natürlich den weiterziehen. Aber es kann natürlich auch mal passieren. Und jetzt machen wir einfach ein Beispiel. Ich nehme jetzt hier diese Kugel. Ich hoffe, das klappt jetzt. Das heißt, ich bin jetzt ein bisschen langsamer. Ich setze sie jetzt hier hin. Und die Kugel hat auf dem Weg nach unten keine Hexe berührt. Ihr müsst trotzdem eine Hexe versetzen. Aber ihr dürft euch aussuchen, welche Hexe es ist. Und ihr dürft die Hexe auf ein beliebiges weißes Feld platzieren. Das ist die Frage, wie schnell man die Hexen unten haben will. Ich würde einfach mal sagen, man kann sie wieder absprechen. Die setzen wir einfach mal hier unten hin. Früher oder später sind natürlich die Figuren unten. Und dann ist die Frage, wer natürlich schneller unten war. Und das ist gar nicht so einfach. Weil auch wir haben einige Versuche gebraucht, bis wir erst einmal gemeinsam das Spiel gewonnen haben. Aber letztendlich geht es darum, wer ist hier als erster unten. Mit seinen Figuren, mit diesen blauen Figuren oder die Hexen. Wenn ihr es ein bisschen einfacher spielen könnt, dann sagt ihr einfach, wir spielen bis zwei, drei Figuren hier unten sind. Da habt ihr auf jeden Fall einige Optionen. Aber das waren alle Abläufe zum Spiel. Ja, vor zehn Jahren kannte man noch nicht so viele kooperativen Spiele. Deswegen damals das große Kulern. Ja, das war durchaus ein bisschen glücksbedrohend und auch ein bisschen interaktiv. Hier mittlerweile geht es doch gesellig zur Sache. Wir spielen kooperativ. Das ist gerade bei Kinder durchaus beliebt. Aber es dürfen auch ein bisschen andere Spiele sein. Nein, aber hier wird auf jeden Fall gemeinsam gespielt. Man gewinnt oder man verliert gemeinsam. Der Aufbau ist recht schnell erledigt. Das kriegen die Kinder hin. Und das Material ist auch richtig robust. Das heißt, man sieht es auch hier schon an den Pappelementen. Das ist wirklich dicke Pappe, die man hier verwendet hat. Ein schönes Häckchen, wo auch dabei ist. Hexen, die natürlich in der Art und Weise auch wunderschön gemacht sind. Also ein wirklich schönes Kinderspiel. Gerade wenn es um Magie und Zaubern geht, ist das ja bei Kindern sehr beliebt. Zauberberg ist ein Kinderspiel ab fünf Jahre. Und da können auch schon Jüngere ein bisschen mitspielen. Die Kugel rollen lassen, die Hexe heben. Das funktioniert. Also das als Hinweis. Offiziell ist es aber ab fünf Jahre. Weil je nachdem muss man auch ein bisschen schnell agieren. Nicht unbedingt die Hexe schnell agieren, aber die blauen Figuren schnell auf die jeweiligen Positionen ziehen, um letztendlich bei Baluin unten zu sein. Geht also recht flott. Und das Ganze lässt sich auch solo super spielen. Aber unabhängig von der Spieleranzahl. Also steht es dabei, eins bis vier Personen. Das kann man auch locker zu fünf Spielen sich einigen. Da können auch mehrere Kinder dabei sein. Also durchaus ein Spiel für den Kindergarten, für daheim. Wo man auch super mit Oma, Opa spielen kann und mit den Eltern etc. Ihr wisst, was ich meine. Und ich hoffe, ihr habt einen schönen Eindruck von diesem Spiel bekommen. All das gerecht auf jeden Fall ein schnelles, einfaches Spielchen. Und wenn ihr es euch holen wollt, dann gerne über die unten genannten Links. Das waren alle Infos zu Zauberberg. Ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald. Das war's gut.